So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Dome dabei. Hello there. Und wir gucken uns heute an Tess, also The Epic Storm King Food Chain. Also das sind beides Combo-Decks, aber das eine ist der dickste Deck im Laden. Mhm. Ja, wie bei Christopher kann er auch ein dickes Deck liefern. Ja, Christopher kann ein dickes Deck liefern, aber hier sind halt Blackwater-Duals drin. Ja, aber Christopher's Deck ist auch nicht billig. Ja, das stimmt. Gut, genau. Food Chain auf der einen Seite wird in Rackfarben gespielt, also blau-rot-grün. Jupp. Und Tess spielt ja, ich glaube, alles außer Weiß. Wahrscheinlich. Mit Song of Creation teilweise. Also wer kombot harder. Genau, es ist Combo gegen Combo. Food Chain macht halt meistens Turn 4. Ja, außer die haben irgendwie Acceleration drin. Genau, das passiert halt selten. Gerade in der Version nicht so häufig. Hat der keine Mana dort? Ich glaube nicht. Dann wäre es schon fast die Frage. Weil die spielen ja manchmal so ein Birds of Paradise oder so. Ja. Noble Hierarch. Aber ich glaube hier nicht. Oder ich Ignoble Hierarch. Ignoble Hierarch spielt man manchmal, ja. Deswegen, also das ist schon da, aber ich glaube es einfach nicht, ehrlich gesagt. Das ist ein No-Covered Island. Draw. Ja. Wow. Ich sehe ein Dark Red, ich sehe ein Cover Red, ich sehe einen roten Wish. Tess zählt halt bis 10. Ich sehe ein LED. Ja, ich glaube das ist durch. Wenn da kein Force kommt. Ja, ist die Frage, wann du forstest, Mr. Theo. Das ist bei Tess immer so schwierig. Tess hat halt auch mehr Resilienzkarten, wo sie halt versuchen, sowas durchzukommen. Mhm. Wo du halt auch so Momente hast, wenn du dich das jetzt mit Counter. Passiert dann was anderes. Da ist der. Do it, do it, do it, do it. Force, Force. Uh. Uh. Oh nein. Oh nein. Was ist denn das? Ist das dieser? Ja, das ist der Druid. Und der Imperial Recruiter. Ah. Denn der sucht den Squee raus. Mhm. Und die Food Chain. Ja. Was bei beiden halt dafür sorgt, dass du halt dann easy peasy damit... Du meinst die Walking Ballista. Äh Walking Ballista, genau. Also du kriegst beide Kombo-Vises damit. Oh, fuck it. Den hätten wir gehen. Aber der Devoted Druid ist halt auch dumm in dem Deck. Ja, vor allem, weil man ja unendlich oft den Squee spielt. Ja, das heißt, der wird unendlich fett. Ja. Und damit kann man dann auch einen Minsk und Buhl im Deck rechtfertigen. Ja, oder halt einfach angreifen. Ja. Da musst du ja eine Runde warten. Ist ja langweilig. Ja, okay. Tut mir leid. Aber sehr, sehr cool. Also das Deck ist sehr, sehr cool Design tatsächlich. Das gefällt mir sehr gut. Der Epic Storm hier ein bisschen oftmals das Go-To-Storm-Deck aktuell. Also es gab ja immer diese langjährige Frage zwischen The Epic Storm und Adnosium Tendrix. Also Tess-O-A-T. Genau. Und spätestens jetzt mit dem Mirror ist es halt wirklich hart in Tess-Is-Favor gegangen. So, LED. Ja. Man muss bis 20 kommen. Äh, bis 10 kommen. So. Ja. Man hat einen Wish. Man hat einen Forzis. Ähm. Und man hat halt noch den, also mit dem Forzis, ich weiß nicht, ob er spielen möchte. Forzis geht man runter auf drei. Mit dem geht man wieder auf vier. Dann auf drei, sechs. Ja, kann man auch machen. Dann gehst du auf den Wish. Mit dem Wish kannst du dir, äh, fünf. Ah. Du kannst dir theoretisch das Ding aus dem Sideboard holen. Das, ähm. Oh, du kannst dir, ähm, gut, in Reaktion darauf spielt man dann den. Und Cracked LED? Ne, ne, LED kannst du nicht Cracken. Weil du kannst jetzt hier einfach in das, äh, Ding gehen, in das, äh, alle werfen eine Handkarte ab und ziehen sie neue. Oh, ja. Also, also jetzt kannst du es halt nicht mehr, weil das LED ja noch anscheinend gecrackt wurde. Okay, Cracks. Ah, ne, muss der dann von Blau Cracken. Genau, die in Reaktion da drauf. Ich war jetzt bei dem, ja. Dann Cracks ist LED. Dann gehen die beiden Karten in den Friedhof. Dann hat man sieben Karten im Friedhof, glaube ich. Ja, und beim Resolve checkt der. Ja. Ja. Zwei, drei. Ne. Zwei, vier, doch, es sind sieben. Es sind genau sieben. Ja. Das heißt, der macht fünf Mana, dann hat man noch das LED Mana, drei Stück. Ja. Oder hat man sechs? Es ist sechs. Er hat misscounted. Ja, stimmt. Er hat misscounted. Hat man jetzt schon gefisselt? Weiß ich nicht. Aber jetzt guckt man, glaube ich, nach wie hoch der Stormcount ist. Der Stormcount ist eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, man hat den letzten Spell noch nicht mitgezählt. Sechs, sieben. Genau. Genau. Da ist ein Judge Call. Ne, ist ein sechs. Der Stormcount ist sechs. Die Fortis wurde ja nicht gecastet. Stimmt. Ja. Stormcount ist sechs. Ich meine, es geht auf, warum auf vier Mana, auf drei Mana. Äh, LED Mana ist noch mit dabei. Ja, man hatte doch drei Mana, eins dafür. Das, das, sind das sieben Mana gewesen? Ich meine, das passt. Ich meine nämlich nicht. Ich meine, da wären Mana zu wenig gewesen. Irgendwer wird es mir in den Kommentaren bestimmt jetzt sagen. Der kriegt bezahlt, der kriegt eins mehr. Dann wäre er bei vier. Ne, das müsste genau gepasst haben. Weil ich meine, er hätte zwei und von zwei auf drei. Statt von drei auf vier. Hm. Er hat ja das Rote bezahlt mit dem. Stimmt, ja. Mit dem, mit dem, mit dem. Ja, ja. Aber ich war jetzt nur bei den Würfelmanern, deswegen. Das passt. Jetzt, äh, wird die Hälfte des Necks. Und die Hälfte der Leben. Jo. Gemacht. Das ist natürlich schon mega. Das ist so peer-to-the-business eine gute Karte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 15, 26, 26. 26 Karten. Damit kommen wir mal in den Fallen. Ja. Dann gehst du auf sieben? Ne, acht. Acht. Oder das Roundup. Ne, ne, acht. Acht ist es. Du kannst dich damit umgehen. So, dann gucken wir mal, was das Deck so noch kann. Das sind auf jeden Fall zwei Chromoxe, eine LED. Aber wie oft, ich hab ja mal so eine Variante davon gespielt. Also das Peer-Do-de-Bist-de-Storm. Lol, der wird nicht mehr was exiled. Das ist kein Chromox, das ist ein... Ah ja, Moxhopper. Moxhopper. Stimmt. Und ich hab das schon ein paar Mal gehabt, dass ich gerade so... Ja, Storm ist genug. Storm ist bei neun. Zehn. Du hast sogar noch den Talisman. Ach ja, da kannst du auch noch den spielen. Imprint. Irgendwas. Ja. Ja. Ach ja, kann man mal machen. Für Rot. Du hast noch... Ja, Crack-D. Schmeiß mal alles weg. Tendrils. Tendrils, go. Ja, hätte man noch Dark Rids haben können. Man hätte noch mit den Dark Rids das Mana machen können. Du kannst jetzt auch mit Goblins gewinnen. Ja. Das ist Tendrils. Tendrils macht zwei Damage für jeden Spell, den man vorher gecastet hat. Plus eben für sich selber nochmal zwei Damage. Und... Ja. Hier an dieser Stelle einmal kurz der Hinweis. Ich besitze Patrons. Ich besitze sie nicht. Ich habe Patrons. Und die unterstützen mich ganz, ganz großartig jeden Monat. Talia-Level, Talia-Plus-Level und Supporter-Level werden hier aufgeführt. Und es gibt auch noch ein kleines Fan-Level, wo ihr mich für drei Euro auch schon supporten könnt. Wenn euch das irgendwie möglich ist, wäre es cool, wenn ihr mal reinschaut und das vielleicht considert. Weiter geht's. Gut. Sideboarding. Ich weiß gar nicht, ob Tessio überhaupt was hat zum Sideboarding. Ich weiß auch nicht, ob Foodchain darauf ausgelegt war. Höchstens sowas wie Pflasterstorm? Ja, Pflasterstorm kann sein. Äh... Oder Traps. Ja. Da würdest du gar eher Traps sehen. Ja. Weil es halt ein weirdes Deck ist. Ja. Ähm... Aber... Äh... Ansonsten... Pfff... Ich sehe hier... Also ich sehe hier Tess favored. Ja, ja, ja. Tess ist hier super favored. Foodchain ist ein Deck, was Turn 3 gewinnen möchte und Tess ist ein Deck, was Turn 2 gewinnen möchte. Und die Interaktion von beiden Decks ist sehr gering. Ja. Es beläuft sich, glaube ich, auf 4 Forces und wie gesagt, vielleicht Pflasterstorms im Sideboard. Ja, okay. Tess hat aber den Vorteil mit Discard im Mainboard. Also... Du spielst halt den Discard und der macht dann halt... Oh... Wenn die Würfel schon liegen. Und Foodchain steht da und denkt sich... Nein! Please hold up. Hahaha. Okay. Dann vorziehs. Für ein schwarzes. Oh... Für zwei Mana wird eine Kotel gespielt. Kotel gespielt. Katte gezogen. Okay. Dann haben wir Minsk und Du. Oh, den Storm Typen. Den Storm Oos. Craces. Den Squee. Brainstorm. Ich würde den Brainstorm nehmen. Ja. Ja. Der Squee ist irrelevant. Den castet der aus dem Friedhof. Ja. Und der hat zwei Outlets. Ja. Der Brainstorm back und jetzt wird halt mal geschaut was. Ja. Das Oos ist halt auch dumm. Ja. Drei Storm. Dann Dark Red. Dark Red. Ja. Vier Storm. Drei schwarze Mana. Ja. Das Pedal hat man noch, oder? Das Pedal hat man noch, ja. Ja. Nine Side Diamond. Storm 5. Sechs. Sechs. Und Galvanic Relay. Och, njo. Auch ganz gut. Storm für nächste Runde. Genau. Ach du Scheiße. Das Wichtige ist, das war der siebte Spell. Aber man nimmt jetzt halt die obersten 14 Gaben. Zwei pro Relay, oder? Oder eins pro Relay? Mhm. Irgendwie sowas. Ich glaube zwei. Zwei. Drei. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Ne. Eins. Okay. Oh, das ist kein so geiles Relay. Nee. Ich meine, das sind Artefakte, die man opfern kann für den Win. Das ist keine Frage. Ja. Aber keine Dark Rids, kein Fast Mana, keine Zero Artefakte. Man hat noch auf der Hand noch ein Land. Wer zum Food Chain kam, hat man verloren. Die Food Chain war doch auch schon auf der Hand, oder? Nee. Ach nee, das war das U.S. Genau. Food Chain wäre jetzt verloren. Tatsächlich. Da hat ein Brainstorm gezogen. Ja. Brainstormen wir mal eine Runde. Ein Force, nicht schlecht. Druid, nicht schlecht. Du spielst den Druid, und legst den Minscumbu weg. Ja, der Minscumbu kann weg. Ja, ich weiß. Wieso willst du das auslos werden? Ja, okay, Minscumbu. Du hast jetzt halt eine Sache, die gewinnt. Du brauchst halt die Crazes für den Force zu pitchen. Mhm. Und du brauchst dann den Squee. Genau, und du willst das Land haben für Gibi. Und du kannst mit ihm ja immer noch die beiden Karten OMAX sein. Und nochmal vielleicht noch einen Force finden oder sowas. Mhm. Das geht schon. So, jetzt wird's spannend. Was passiert hier? Da ist ein Dark-Rid. Dark-Rid, gute Karte. Mhm. Zap. Uh, Dark-Rid, richtig gute Karte, wenn ich das richtig sehe. Oh, Dark-Rid. Mit dem Besiege the Mirror. Ja. Oh, das ist nice. Hi. Dann kann man den Besiege the Mirror nämlich spielen. Du hast LED. Petal. Auch spielt mir jetzt schon das Petal. Mhm. Weil du kannst beide Petals cracken können, obwohl dann spielst du. Nee, ich hätte das Petal später gespielt. Ach, der kostet nur 4, ne? Ja. Deswegen, also das hätte ich einfach mit den beiden Mana bezahlt. Weil das Mana, was das Petal nachher macht, ist doch sowieso Mana-Digerfarbe. So, und jetzt? Okay, da hat man dann aber einen... Ja, da hast du den. Ja. Das heißt, es ist irrelevant. Man zieht aber noch eine Karte. Jupp. Dann kannst du vorher Fetch. So. Dann... Geht das? Mhm. Resolved. Dann gehst du in das... Ähm... Hat das drin, das Zero-Mana-Ding? Ja, das Zero-Mana-Ding ist drin. Das könnte man jetzt gezogen haben. Ist vom Ponder. Ähm... Aber... Man könnte halt auch versuchen, in die 4-Mana-Verzauberung zu gehen. Wie gesagt, immer wenn du einen Zauber spielst, ziehst du zwei Karten. Aber man geht hier in die Gars. Der ist Willen. Gute Karte. Auch eine Karte, die man nie gesehen hat, wenn man jetzt auf einen... Bis... Genau. Bis Mirror kam. The Mirror. Mirror, Mirror. Zero. So. Jetzt kriegt man alles im Friedhof... Man kann diese Runde alles im Friedhof casten. Mhm. Für die Mana-Kasten, oder? Genau. Und danach wird's exiled. So. Petal. Ja, ist rum. Man hätte das eine Petal sogar noch vorher cracken können. Ja, für mehr Storm. Ja. Und das LED. Ja, dann würde man die Hand gerade verlieren. Ich glaube, das will man nicht, was Pond läuft. Hätte man den Draw Trigger gemacht. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite hätte man's auch echt nicht brauchen. Ja, also man braucht's wirklich nicht. Das stimmt schon. Starkrid. Dusthrid. Bisschen mal auf fünf schwarze Mana. Äh... Ja, dann gehst du halt... Forzis. Brauchst du das? Dann geht das auf... Hast du noch einen Mana übrig und gehst in die Gude. Die Gude... Wo ist er? Oh... Tendrils. Ja, Tendrils. Tendrils für 20, genau. Boom. GG. 2-0 Tess. Krass. Das war schon dann. Krass, krass. Schnelles Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen's dann beim nächsten Spiel. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Uhh... Tsai. cursor wie bei den Argentinien, Vielen Dank.